Hallo liebe Freunde der Videokunst, wir sind hier Ruhr International, wir haben kurz vor eins, die Sonne scheint herrlich und sie scheint auf dieses gelbe Shirt und ich bin ja Bochmer Junge, ich bin der Jirka, das wisst ihr, ich bin Bochmer Junge. Seitdem ich denken kann, gibt es in dieser Stadt hier dieses Opel-Werk und damals der VfL, der hat so richtig geile Trikots an mit dem geilen Opel-Logo, Manta Manta, der Film nicht zu vergessen mit Uwe Fellensieg und Til Schweiger. Also Opel ist auch für mich eine Kunst und dann klar erkläre ich mich solidarisch mit den Opel-Laden. Natürlich, wer will das denn geschlossen haben? Müssen wir da Elektroautos bauen oder wir bauen da kleine Vespas, dass jeder Hartz-IV-Empfänger kriegt eine Vespa und einen Gutschein von Aral für 20 Euro Sprit und so muss Opel weiterleben, natürlich. Es gibt doch gar keine andere Alternative. Sehen wir auch bei Nokia, einfach irgendwo hinverziehen, alles einstecken. Naja, ich muss mal weiter. Let's come together, würde ich sagen und der UMQ sowieso. Bis dann. Okay, gute Geschäfte. Danke. Alles gut? Ja, super. Ich glaube nicht, dass es mir passiert.